Musik Mit Fire and Drums kann man die Nacht der Feuerwerke 2014 am Neufelder See Treffen beschreiben. Und dabei war der Start in diesem Jahr etwas holprig. Ursprünglich für 28. Mai angesetzt, wurde die Veranstaltung wegen Regens auf 31. Mai verschoben. Und auch an diesem Tag wollte der Wettergott nicht mitspielen. Für die Teilnehmer war diese Verschiebung doch etwas unangenehm, wie uns Mitorganisator Rudolf Jost bestätigt. Die Italiener waren nicht sehr erfreut, weil die müssen nach Rio fliegen. Die machen dort die Feuerwerke bei der WM, die nächste Woche ist. Aber im Grunde haben sie es dann so hingenommen, wie sie es ist. Veranstaltet wird dieses feste Superlative von der Neufelder Seebetriebe GmbH. Und so durfte die neue Geschäftsführerin Daniela Stoll durch den Abend führen. Aber trotz der unsicheren Wettersituation strömen wieder Tausende auf das Gelände des Strandbades. Wir haben gehört, dass da einige fantastische Feuerwerke in die Luft geschossen werden. Und wir hoffen einfach, dass das auch Spaß macht. Und wetterfest sind wir sowieso. Wir kommen aus dem Marktfeld, da ist immer brennheiß. Und wenn es renkt, ist das ein Segen für uns. Nein, ich will mir das nicht entgehen lassen. Wir waren voriges Jahr da, das war das erste Mal. Und wir haben gesagt, sicher wieder. Sie wissen, wie sie sich für solchen weiter rüsten. Wir haben sämtliches warmes GmbH mit. Sie sehen es. Bis überhangen, wir sind nicht nass, gar nichts. Im Gegenteil, es macht uns Spaß. Viele, viele nette Leute kennen gelernt mittlerweile. Ganz eine tolle Stimmung herunten. Schöne Sache. Wir haben uns schon ein bisschen besser vorbereitet. Wir waren schon am Mittwoch da. Da ist sie abgesagt worden. Jetzt haben wir uns Decken, Polster, Regenjacke, alles mitgenommen. Trotzdem nur ein paar Socken gehören und die sind schon waschelnos, aber völlig egal. Den haben wir nicht gerechnet. Wir sind blöder, weil sie die Nasenautausstieg, wo der halbe-halbstündige Guss war. Wir haben auch keinen Masen gehabt, aber wurscht. Wir werden heute sicher was Schönes sehen. Wir haben Decken mit, wir haben uns warm ansagend. Mit dem Team aus Spanien startet die Feuerwerkstrilogie. Sie gestalten eine musikalische Reise durch spanische Städte. Die ganze Nacht werden in Spanien startet die Feuerwerksträgerin. Spanien startet die Feuerwerksträgerin. Sie werden nicht in Spanien startet die Feuerwerksträgerin. Die Wartezeit zwischen den Feuerwerken überbrückt Dramatikladieter. Das Team aus der Slowakei geht mit Start Nummer 2 ins Rennen. Sie bieten dem Publikum ein überaus pompös gestaltetes Programm. Das Team aus der Slowakei geht mit Start Nummer 3 ins Rennen. Auf Wiedersehen. Your very scar, but I steal All your will, the innocent life, every day But my soul is in God for you all And you heal, will be more And you may last again For I am The Italiener Die Italiener beschließen mit ihrem Feuerwerk die Trilogie Sie sind die einzigen im Feld, die ihre Feuerwerkskörper selbst produzieren Und dieses Mal unterscheiden sich sehr die Meinungen des Publikums Und der Fach- und prominenten Jury Während das Publikum die Slowaken als eindeutigen Sieger sieht Bevorzugt die Jury das italienische Team Und der erste Platz geht an Italien Und so geht eine für Österreich einzigartige Veranstaltung doch noch trocken zu Ende Die Italiener beschließen mit ihrem Feuerwerk die Trilogie Untertitelung des ZDF, 2020